so hier ein bisschen ja das hier mal sehr schön aus alle wieder backrooms für dich in so richtig interessantes thema oder generell liminal spaces also er backrooms und liminal spaces hängen ja zusammen bei backrooms sind ja im grunde einfach nur liminal spaces aber die halt ziemlich groß sind ist halt so eine andere dimension also ich habe auch mal im real life so ein paar backroom ähnliche orte gesehen also ich war mal in tokio in der u-bahn und da war ich mal so ein gang der war einfach richtig leer da war einfach niemand ja und dabei war es irgendwie total sauber da war irgendwie wir waren da keine graffitis also und das wirkte total surreal das hat so richtig diese backroom weibs leider habe ich das nicht fotografiert schade eigentlich der regen könnte mal aufhören ist ja nervig mit dem regen ja aber ich finde generell die tokyota u-bahn ja die hat generell so backroom weibs also stelle ich mir einfach die backroom ist vor so ein bisschen also das u-bahn level sozusagen dann so dann hier so ein bisschen bambus bambus und dann hier so ein bisschen bambus so können wir mal so ein bisschen bambus hier abernten ich könnte hier noch mal so ein bisschen bambus anpflanzen das mache ich mal eben hier bambus 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 hier noch ein bisschen bambus so und hier kann man noch mal durch rasieren ein bisschen so und dann kommt der ganze bambus bald hier mal weg so wird ja alles flach gemacht so ich hoffe das dauert jetzt nicht zu lange ich bräuchte wirklich mal so eine bambus farm aber dann müsste ich mir mal angucken wie das jetzt funktioniert mit den ganzen wetstone sachen und so so wird auch langsam dunkel dann können wir schlafen und dann ist der regen auch vorbei was schmeiße ich jetzt weg möchte eigentlich gar nichts wegschmeißen ich müsste mal was ablegen ok türen natürlich auch zu machen jetzt müsste ich mal so ein bisschen was ablegen aber was kann ich jetzt ablegen weil ich kann irgendwie alles gut gebrauchen könnt ihr mal die lohnruten ablegen das wird schon mal gehen die an der sie treppen kann ich auch mal ablegen und ich würde sagen wir gehen mal schlafen so und dann schlafen wir mal so ein bisschen so dann würde ich mal den restlichen bambus sammeln so ist ja eine ganz schöne menge das wird natürlich auch mitgenommen ah Mist da haben wir einen bogenschützen auf den habe ich jetzt wirklich keine lust vor allem weil ich habe den bogen gerade nicht in der hotbar gut kann ich jetzt irgendwas wegschmeißen ja ich möchte jetzt auch nichts wegschmeißen ich möchte eigentlich gar nichts wegschmeißen kann mir ja mal so eine werkbank machen so werkbank haben wir jetzt am start und dann mache ich mal hier so ein paar bambus blöcke so damit kommen wir auch mal 64 stück raus und dann kann ich auch mal den restlichen bambus mitnehmen soll ja auch hier nichts verschwendet sein und ich hoffe der bogenschütze der verschwendet gleich mal so und das herr sammeln wir auch mal eben ein und ja dann kann ich mir mal so ein paar bambus blöcke machen so himpa und da noch mal hier so ein paar dann haben wir gleich noch ein bisschen mehr tapete das ist ja auch schon mal sehr gut ja und dann kann ich mal hier die seite machen wo ist meine eisenschaufel die haben wir hier und dann wird mal die wand hier abgeschaufelt so hier ein bisschen hier ein bisschen hier ein bisschen ja und dann können wir uns ja mal überlegen wie es dann hier weitergeht so hier jedenfalls kommt alles mal voll so und dann natürlich hier gleich wunderschöne tapete so kann man das ja anbieten genau und das sieht dann jetzt so aus ja also man kann schon erahnen in welche richtung das gehen wird also ich würde sagen sieht schon ziemlich nach backrooms aus hat schon ziemlich diese backroom vibes ja natürlich muss es dann auch weiter gehen also ich könnte hier reingehen und dann geht es halt nach unten so ein bisschen aber dann bräuchten wir halt eine treppe auf jeden fall wird es dann hier nach unten gehen ich muss mir dann nur überlegen wie ich das ganze mache nehme ich da die andesie treppen ich kann mal versuchen so ein paar clean stone treppen zu machen und dann gucken wir einfach mal wie das aussieht so jetzt haben wir vier steintreppen ich schaue mal wie es aussieht ja ich weiß jetzt nicht passt irgendwie nicht so sehr oder nein das ist es irgendwie nicht ich komme vielleicht nochmal die andesie treppen oder vielleicht was ist denn mit tuffstein treppen hier haben wir tuffstein mal schauen was man damit so machen kann so tuffstein treppen polierte tuffstein treppen ich schaue mal wie die aussehen das passt vielleicht ein bisschen mehr rein ja kann man machen obwohl ich jetzt keinen großen unterschied sieht das jetzt noch mehr nach bergums aus ich weiß nicht aber ich mache mal so ein paar von denen so hier tuffstein und dann polierte tuffstein treppe so jetzt haben wir zwölf stück wir können ja noch mehr sammeln in der mine sollte ja genug tuffstein sein ja und dann wird es halt hier so nach unten gehen und dann kann ich mal so ein bisschen schaufeln genau das machen wir einfach so hier so zack und zack und zack und zack und das herr kommt dann mal eben weg und die eisenschaufel hält auch nicht mehr so lange dann müssen wir uns eine neue machen ja und hier müssen auch die ganzen bambus blöcke hin vielleicht haben wir auch keine bambus blöcke mehr die gehen ziemlich schnell alle das hier kommt auch weg und dann kommt hier mal der bambus rein ah wir haben ja noch mehr hätte ich ja nicht gedacht habe ich ja ganz vergessen so und zack 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 und zack so und dann gleich hier ein bisschen wunderschöne tapete genau und so kann man das schon machen die decke die muss auch gemacht werden hatten wir einen glatten stein okay dann hier ein bisschen glatter stein der müsste ja dann hier rein kommen so und dann kleiden wir das mal hier mit dem glatten stein aus man könnte ja auch so steintreppen machen obwohl ich weiß nicht so und hier natürlich auch der bambus ja wird auch so ein bisschen repetitiv langsam hier aber das sind ja auch die bergwumms die sind ja auch ziemlich repetitiv so bambus 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 und dann kommt hier mal so ein bisschen schön tapete hin genau da hat man hier so einen kleinen abstieg ich schau mal wie das hier wirkt so vom vibe her mal so ein bisschen testen man kommt hier rein ja okay und dann geht man halt hier hin vielleicht mache ich das hier mal weg vielleicht sieht das noch so ein bisschen besser aus obwohl ich bin mir gerade jetzt nicht so sicher ja ich gucke nochmal ich weiß jetzt nicht ob das so cool aussieht hier ist auch so ein bisschen dunkel vielleicht mache ich da wieder den bambus hin ja müsste halt auch so ein bisschen weiter runter gehen damit wir da nicht irgendwie mit der oberfläche kollidieren oder so da sollten wir halt tief genug sein weil wir haben ja auch hier die terrasse daran müssen wir denken halt vom garten die terrasse ja ich glaube so auf der höhe könnten wir dann eigentlich bleiben dann hätten wir da die neue ebene ja so viel bambus haben wir auch nicht mehr da musste ich gleich nochmal so ein bisschen bambus holen so das hier kommt weg und das hier kommt nochmal eben weg ja halt so ein standardmäßiges Treppenhaus sieht irgendwie ein bisschen komisch aus was ist wenn ich das so mache obwohl ich weiß jetzt nicht oder vielleicht mache ich das wieder so ja ich muss mal so ein bisschen Zeug ablegen ich habe ja jetzt ziemlich viel Erde so da haben wir die Erdekiste so da kommt so ein bisschen Erde hin Berufsstein könnte ich auch mal ablegen man könnte ja auch vielleicht noch so ein paar Zwischenwände reinmachen aber dann ist doch die Frage wo man das macht vielleicht hier nochmal so eine Zwischenwand müsste ich halt hier die Lampe dicht machen das wollte ich jetzt nicht weil da gibt es ja immer so Zwischenwände in den Backrooms und das soll ja auch so schön verschlungen sein also vielleicht passt das ja das ist ja so ein bisschen Labyrinthisch dann ja auf jeden Fall wir brauchen noch eine ganze Menge Bambus Weizen müsste ich mal ablegen die brauche ich jetzt gerade nicht Stein könnte ich mir mal einschmelzen damit wir noch so ein bisschen mehr glatten Stein haben so Stein kommt mal hier hin und ich könnte vielleicht noch mal so ein bisschen Tufstein sammeln obwohl vielleicht sollte ich eher Bambus ernten ja gucken wir mal oder ich gehe jetzt mal schlafen so und dann sage ich mal gute Nacht und wir schlafen mal so ein bisschen ja vielleicht hole ich mir noch so ein bisschen mehr Tufstein weil damit kann ich mal so ein bisschen ja herumprobieren wo sind meine Kartöpfchen die haben wir hier okay dann esse ich mal so ein bisschen von denen so ein paar Ofenkartoffeln ja und dann hole ich mal so ein bisschen Tufstein und dann hole ich mit mir